45.000 Kilogramm. So schwer sind 24 Fiaker samt Rösser oder 560.000 Ausgaben der Wiener Bezirkszeitung. Pro Woche. Übereinander gestapelt ergibt das wöchentlich einen 961 Meter hohen Zeitungsturm. Siebenmal so hoch wie der Stephansdom. Hintereinander aufgelegt sind das 173 Kilometer. Damit könnte man den Ring mit 33 Lagen Wiener Bezirkszeitung tapezieren. Mit unseren rund 400.000 Lesern füllen wir achtmal das Ernst-Happel-Stadion. 1300 Grätzle-Insider erzählen uns die neuesten Geschichten aus dem Bezirk. Und wir erzählen sie ihnen. Wir wissen, was sich in den über 990 Parks in Wien so tut und wie man die rund 10.000 Baustellen pro Jahr in der Stadt halbwegs staufrei umfährt. 473 Tassen Kaffee brauchen wir mindestens in einer Woche, um 23 Ausgaben für die 23 Wiener Bezirke zu produzieren. Mit einem Team für ganz Wien. Wiener Bezirkszeitung – seit 35 Jahren einfach näher dran.